Hallo Lions Fans. Hey Guys. Hallo Leute. Hi Löwen Fans. Hallo Leute, Tom Alter hier. Hey Lions Fans. Hey, mein Name ist Matthias Tamic. Hier ist euer Emil. Ich erwarte euch alle. Am Samstag. Saturday. To Lions Madness. So Lions Madness, gonna be a fun season. It's gonna be an exciting one. Ich freue mich, euch endlich wieder zu sehen. Let's enjoy and have some fun. Ich zähle auf euch. Let's go. I hope you see you all there. Can't wait to see you guys. Go Lions. Let's go Lions. Go Lions. Go Lions.